In diesem Special erfährst du alles, was du über Logics internes Autotune-Werkzeug FlexPitch wissen musst. Hallo, ich bin Martin und auf meinem Kanal Ernst der Musikproduktion in Logic Pro. Mit FlexPitch kannst du in Logic, ähnlich wie mit Melodyne, polyphones und auch monophones Material nachbearbeiten. In der Form, dass du es nachstimmen kannst, also auf gut Deutsch Autotune. Und hier kommt auch gleich der erste Spoiler, damit ich deine Zeit nicht unnötig verschwende. Denn der FlexPitch-Algorithmus ist meines Erachtens für polyphones, also für mehrstimmiges Material, nicht gut genug. Zumindest mit allen Tests, die ich gemacht habe, konnte ich nie ein zufriedenstellendes Ergebnis erzielen. Deswegen arbeite ich an diesem Video nur mit monophonem, also mit einstimmigem Material. Aber dafür erfährst du hier auch alles und wirklich alles, was du über FlexPitch wissen musst. Ich zeige dir, wie du die Basisparameter Pitch, Drift, Gain und Vibrato einstellst. Ich zeige dir, wie du die Tonart einer Performance ändern kannst. Das ist nämlich auch sehr spannend. Du kannst also, wenn ein Sänger oder eine Sängerin was nur einsinkt, diese Tonart Moll machen oder irgendeine andere verrückte Kirchentonart wählen. Wir machen Effektbearbeitung, wie zum Beispiel Mickey-Maus-Stimmen oder sehr tiefe Stimmen. Und ich zeige dir, wie du ganz einfach deine mit Flex bearbeitete Audiospur in MIDI-Material umwandeln kannst. Ganz kurz, bevor wir anfangen, falls du neu bist in Logic Pro oder vielleicht von einer anderen DRW gerade erst umgestiegen bist und dich noch nicht so richtig auskennst und noch nicht so richtig zurechtkommst in Logic, dann empfehle ich dir unbedingt meine Logic Workflow-Checkliste. Da gebe ich dir zehn heiße Tipps, wie du deinen Workflow massiv in Logic verschnellern kannst und wie du Logic an dich und deine Arbeitsweise anpassen kannst. Das ist ein PDF, das hat schon sehr, sehr vielen Leuten weitergeholfen. Unten im ersten Kommentar habe ich es dir angepinnt. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß beim großen und ausführlichen Flex Pitch Special. Es gibt zwei Möglichkeiten, Flex Pitch zu öffnen. Zum einen kannst du das direkt im Arrangement Fenster öffnen und zwar über diesen Button hier. Das ist der Flex Pitch Button und wenn ich jetzt hier drauf klicke, dann siehst du im Arrangement Fenster schon, wie er hier dir die Flex Pitch Spur aufmacht. Falls Flex Pitch noch nicht eingestellt ist, wird wahrscheinlich hier irgendein Flex Time Algorithmus eingestellt sein. Also dann einfach auf Flex Pitch switchen und dann kannst du das hier schon sehen. Das ist jetzt so schon mal in Ordnung, aber ich finde es im Arrangement Window mit Flex Pitch zu arbeiten immer ein bisschen zu klein und zu unübersichtlich und deswegen zeige ich dir gleich die zweite Variante. Und das ist, wenn du auf die Region klickst, die du bearbeiten möchtest und dann einfach doppelt klickst und dann bist du schon hier im Flex Time Editor beziehungsweise hier im Spur Editor. Auch hier schalte ich wieder Flex Time ein und jetzt siehst du schon, haben wir diese Ansicht hier viel größer und viel übersichtlicher und so finde ich es auch viel angenehmer zu arbeiten. Ich gehe jetzt mit euch alles durch oder beziehungsweise alle wichtigen Parameter durch und erkläre euch, wie ihr hier diese Stimme mit Flex Pitch bearbeiten könnt. Wir hören uns die Stimme einfach mal an und du kannst hier verfolgen, was er dir hier angibt beziehungsweise was er untersucht hat, hier dieser Flex Pitch Algorithmus von Logic. In the dark you can't see what the light meant to be But when darkness falls, your heart it stalls The sun And brings rain with the pain But it's done No more tears Day hides the night again Okay, und du konntest jetzt beobachten, wie diese MIDI-ähnlichen Events hier, wie die mitgehen. Also jedes MIDI-Event hier steht für einen Ton. Und wenn wir uns das jetzt hier mal genauer betrachten, dann siehst du, dass in diesen MIDI-ähnlichen Balken hier auch diese lustigen Linien hier drin sind. Und das zeigt den Pitch Drift, das heißt, wenn ein Sänger eine Note von unten ansingt, wie zum Beispiel hier, oder eben wenn er hier sozusagen abstürzt nach hinten. Und wenn er hier bei dieser Note zum Beispiel Light, wenn er hier runter abdriftet, das ist dieser Pitch Drift. Ja, da gibt es eine vorne und einen hinten. Und was hier in der Mitte ist, das ist das Vibrato. Ja, das Vibrato kennt jeder und auch dieses Vibrato kann ich nachbearbeiten. Aber gehen wir mal zunächst durch, wie fängt man jetzt eigentlich an, so eine Stimme zu bearbeiten. Stimme ist das wichtigste Instrument meist jeder Produktion. Und deswegen mache ich immer so bei Flex Pitch, dass ich anfange erstmal zu kontrollieren, hat er denn alle Noten korrekt ausgelesen. Also du siehst hier unten etwas ausgegraut oder ausgedünnt, sag ich mal, die Waveformen. Und anhand dieser Waveformen kannst du jetzt ganz gut kontrollieren, okay, hat er denn alle Noten auch korrekt genommen. Was du hier zum Beispiel siehst, ist so eine kleinere Wave. Da hat er jetzt keine Note. Hier zum Beispiel, die hat er auch nicht gefunden. Hier ist noch eine kleinere, die hat er auch nicht gefunden. Und so weiter. Warum hat er diese Noten nicht gefunden? Oder sind das überhaupt Noten? Das hören wir uns jetzt mal an. Vielleicht gerade ab hier, genau wo der Cursor ist. Ja, hier hat er nicht, hier hat er auch nicht. Warum nicht? Weil der Flex Pitch Algorithmus so intelligent ist, dass er Konsonanten erkennt. Ja, also Plosivlaute, S, P, K und so weiter. Und bei denen macht es keinen großen Sinn, die auszulesen, weil ein T laut kannst du, das ist ein Plosivlaut und den brauchst du auch nicht zu pitchen, also in der Tonhöhe zu verändern. Und ich muss sagen, hatte ich im Eingang, im Intro eingangs schon erwähnt, das ist wirklich krass, wie viel sich da getan hat. Weil der Flex Pitch Algorithmus, der war vor ein paar Jahren noch viel, viel schlechter und hat auch teilweise das hier ausgelesen oder Noten falsch ausgelesen. Also die Konsonanten, die erkennt er schon mal. Das bedeutet, da brauchst du dich nicht mehr groß zu kümmern und die brauchst du auch nicht nachzubearbeiten, wenn du jetzt zum Beispiel eine Stimme transponieren möchtest, denn die bleiben sowieso gleich. Aber das nächste, auf was ich achte, ist, ob er eventuell jetzt eine Note vergessen hat. Denn manchmal ist es so, dass der Sänger zwei Noten singt, wenn er zum Beispiel reinslidet in eine andere Note und das erkennt, gerade wenn es ein Halbton nur ist, ein Halbtonsprung, das erkennt Flex Pitch nicht. Ja, wenn das jetzt hier zum Beispiel der Fall wäre, können wir reinhören. Aber ich habe es bei mehreren Beispielen probiert, das ist nicht mehr passiert. Früher ist das öfter passiert, aber tatsächlich hat er alle Noten und alle Konsonanten richtig erkannt. Nur als Tipp, falls das so ist, solltest du unbedingt vorher die Performance durchgehen und das nochmal kontrollieren. Und nehmen wir mal an, was jetzt nicht so ist, das wären jetzt hier zwei Noten. Dann kannst du einfach diese Noten teilen. Ich markiere das hier und ich habe mir hier als Rechtsklick-Werkzeug das Scherenwerkzeug angelegt. Und jetzt kann ich mit dem Rechtsklick-Werkzeug, könnte ich diese Note einfach teilen. Und dann siehst du schon, die kann ich dann hier auch bearbeiten und verziehen. Und somit könnte ich diese Noten hier als zwei unterschiedliche Noten bearbeiten. Also falls dir das auffällt, dass er eine Note nicht erkennt, ist das immer ganz gut. Sonst kannst du Probleme bekommen nachher beim Transponieren, weil er das nicht richtig auslesen kann. Ich mache es nochmal wieder rückgängig, weil er, wie gesagt, alles richtig rausgefunden hat. Schauen wir uns jetzt mal diese Punkte hier etwas genauer an. Und zwar die Pitch-Modulation als erstes. Das heißt also die Tonhöhen-Modulation. Das ist ein Zusammenspiel zwischen dem Pitch-Drift hier vorne, wenn er eine Note ansinkt, hier hinten abstürzt und dem Vibrator. Das alles könnte man so als Pitch-Modulation zusammenfassen. Und jetzt kannst du hier natürlich verrückte Sachen machen. Zunächst mal kannst du auch wieder kontrollieren, gerade hier ist das hier sauber, dass er, wenn er die Note ansinkt, dass das hier passt. Aber auch da ist der Algorithmus schon so gut, dass da in der Regel immer alles zusammenpasst. Hier siehst du es auch. Zum Beispiel hier slidet er runter und hier kommt er wieder von oben. Das hört sich alles so richtig an und da sieht alles richtig aus. Ich zeige dir aber trotzdem, was du machen kannst, wenn das in diesem Fall nicht stimmt. Du kannst ja also einfach diesen, du kannst zunächst mal einem Ton das Vibrator entziehen. Fangen wir vielleicht mal damit an. Hier bei dieser langen Note, wenn ich das Vibrator jetzt rausziehe und auf Null setze, dann hat er überhaupt keinen, oder sogar in dem negativen Bereich, dann hat er überhaupt keinen Vibrator mehr in der Stimme. Das würde jetzt wahrscheinlich komisch klingen. Ja, also hier hört man es jetzt nicht, weil da hat er nicht so viel Vibrator gehabt, aber du kannst einer Stimme das Vibrator entziehen. Das ist zum Beispiel spannend bei Backing-Vocals, wenn du hier die gleiche Spur rauskopierst und da dir Backing-Vocals baust. Das machen wir auch noch, da kommt das eher zur Geltung. Und du kannst den Pitch-Drift hier jetzt natürlich auch versetzen. Zum Beispiel dieser Pitch-Drift hier geht von unten nach oben und ich könnte jetzt hier zunächst mal dieser Note das Vibrator entziehen und den Pitch-Drift komplett anders machen, um hier eine komplett andere, ja wie soll ich sagen, Artikulation hier rauszukriegen oder die Note hier unnatürlich zu verändern. Können wir uns auch mal anhören. Okay, also du kannst verrücktes Zeug damit machen und das kann für so eine Effektbearbeitung ganz spannend sein. Je nachdem, wenn du möchtest, dass es zum Beispiel künstlich klingt oder wenn du eine Note komplett verändern möchtest, kann ja spannend sein. Wir können es mit der auch nochmal probieren. Ich entziehe zunächst das Vibrator, ziehe den Pitch-Drift hier vielleicht mal nach unten und den Pitch-Drift hier nach oben. Also richtig extreme Beispiele. Okay, also verrücktes Zeug. Und damit kannst du dich kreativ wirklich austoben. Aber jetzt hier in dieser Performance möchte ich einfach nur schauen, ist er irgendwo sehr daneben? Kann ich irgendwas machen, um die Performance ein kleines bisschen zu verbessern? Und das ist im Idealfall auch nur das, was du machen musst. Das heißt eigentlich, wendet mal immer ein bisschen Melodyne an oder Flexpitch an oder Autotune, weil selbst der beste Sänger kann nicht so hundertprozentig gerade immer singen. Und heute, gerade in der Popmusik, sind die Leute einfach oder ist der Hörer einfach sehr verwöhnt, dass der Sänger sehr sauber und sehr gerade auf den Noten ist. Und deswegen muss man immer so ein kleines bisschen zumindest was machen. Natürlich kannst du das jetzt nicht nur für eine Note machen, sondern du kannst das auch für mehrere Noten machen. Ich kann jetzt hier bei mehreren Noten den Flexpitch verändern, um etwas völlig Krankes hier rauszukriegen. Okay, also aber wie gesagt, auch in dem Fall möchte ich jetzt hier nur kleinere Korrekturen vornehmen. Und gerade in diesem Fall hilft dir Logic oder Flexpitch auch schon mit seiner Anzeige. Denn du siehst hier diese Blobs, in Melodyne sind es Blobs oder diese Balken. Und du siehst, dass nicht jeder Balken komplett ausgefüllt ist. Zum Beispiel dieser hier, da siehst du, dass dieser Balken hier zur Hälfte leer ist. Und das bedeutet, dass Logic oder Flexpitch, besser gesagt, hier vermutet, dass die Note nicht ganz sauber das ist, wo sie sein sollte. Ja, wenn wir den mal reinhören. Und hier kommt jetzt der Finepitch ins Spiel. Bei dem Finepitch könnte ich jetzt diese Note... Hier draufziehen. Siehst du, jetzt ist die Note voll. Wir sehen es auch hier nochmal zum Beispiel. Ich kann auch nochmal hier reinhören. Okay, auch hier könnte ich über den Finepitch jetzt die Note direkt hier draufziehen, wo Logic meint, dass sie hinhört. Er meint, es gehört auf Cis in dem Fall. Und wenn er sehr daneben ist, wirst du natürlich mehr finden. Der singt jetzt hier schon einfach gut in dem Beispiel. Ich würde aber hier auch aufpassen, dass ich nicht zu viel mache. Aber wie gesagt, das ist ein guter Anhaltspunkt, um zu sehen, ist er da vielleicht flat. Das ist meistens so ein Anhaltspunkt dafür, dass er flat singt, der Sänger oder die Sängerin, dass man hier etwas korrigieren sollte. Aber in dem Fall mache ich hier jetzt nicht so viel, weil allein deine Ohren sind natürlich immer das Wichtigste. Und er singt hier schon sehr sauber. Und das heißt, ich muss jetzt hier gar nicht so wahnsinnig viel machen und die Note hier immer ganz genau auf die Zielnote sozusagen zu schieben. Die nächste interessante Sache ist Gain. Und Gain ist wirklich genial. Das ist sowas wie, naja, sag ich mal, so eine Art Kompressor. Das heißt, wenn du jetzt hier auch wieder, kannst du auch gut immer visuell hier mitarbeiten. Wenn du jetzt hier siehst, dass es sehr leise Wörter gibt, dann kannst du die über Gain einfach lauter ziehen. Gain bedeutet lauter machen. Und ich kann jetzt den Gain, den Pegel von einzelnen Noten lauter ziehen. Ja, auch hier ist die Performance schon recht gut. Aber man könnte zum Beispiel, hier in dieser Passage singt er die letzten drei Wörter wesentlich leiser oder silben. Und jetzt kann ich auch mehrere auswählen. Wenn ich jetzt hier, na, die hat er nicht genommen. Wenn ich jetzt hier den Gain lauter ziehe, der ist hier, na, links vorne. Wenn ich jetzt hier, ich mach's mal nochmal größer kurz. Dann siehst du auch, wie sich die Wellenformen anpassen. Das heißt, du kannst hier auch wieder so ein bisschen mit dem Auge arbeiten. Siehst du das hier? Und ich kann das jetzt hier anpassen, dass diese drei Noten lauter werden. Und hab so eine Art, ja, Vorkompressor schon. Ja, das war jetzt ein bisschen zu viel. Das heißt, ich gehe wieder ein bisschen runter, weil es sonst fast unnatürlich wirkt. Hier zum Beispiel diese beiden Silben. Die sind auch ein bisschen leiser. Und auch hier versuche ich jetzt über den Gain diese Silben etwas lauter zu ziehen. Und der ist links unten. Ja, die vielleicht auch noch hier. Und das hat den riesigen Vorteil, du siehst auch hier immer, wie sich die Waveformen verändern, sodass du visuell mitarbeiten kannst. Das hat den riesigen Vorteil, dass wenn du nachher komprimierst, dass du den Kompressor nicht so hart arbeiten lassen musst. Dadurch eine weichere Kompression fahren kannst, sage ich mal. Also, dass der Kompressor nicht so heftig arbeiten muss, um leisere Noten lauter zu machen. Das ist wirklich ein riesen Vorteil. Und das habe ich jetzt auch gemacht bei einer Produktion schon mal. Das ist sehr hilfreich, um die Performance in der Lautstärke von vornherein schon, als bevor du es noch bearbeitest, gleichmäßiger zu machen. Kommen wir zum nächsten spannenden Punkt. Und das ist die Formen-Control. Also, Formanten, das ist so, wenn du eine Stimme jetzt... Formanten entstehen dadurch bei der menschlichen Stimme, wie sich die Zunge bewegt, wie der Mund geformt ist und so weiter. Aber ich zeige dir das direkt gleich mal an einem Beispiel. Ich kann jetzt natürlich eine Note auch höher machen oder tiefer machen. Nehmen wir mal diese Stelle hier. Nehmen wir mal an, ich wollte diese Note hier jetzt verschieben. Ich wollte sie einfach anders haben. Ich möchte nicht, dass er nach unten geht, sondern ich möchte, dass er nach oben geht. Stehen wir mal höher. Hören wir mal die Performance jetzt an. Also, ich habe sie einfach mit der Maus genommen und dann kannst du die hin und her schieben. Und auch hier ist das Ergebnis erstaunlich. Das war meines Erachtens vor zwei, drei Jahren noch nicht so. Die haben am Algorithmus noch mal richtig geschraubt. Und das Ergebnis ist jetzt insgesamt schon recht gut. Aber es hört sich ein bisschen künstlich an. Und jetzt kommt das Formantenwerkzeug ins Spiel, diese Formenschift. Also, es ist ein Unterschied, ob der Sänger jetzt selber diesen Ton höher singt oder ob ich einfach diese Note jetzt nehme und technisch sozusagen nach oben schiebe. Weil die Formanten werden hier nicht mit verschoben. Das ist, wie gesagt, wie sich dein Mund bewegt, wie sich deine Zunge bewegt. Das sind einfach, ja, sag ich mal, der menschliche Touch in der Stimme. Und das kann dieser Algorithmus hier nicht erkennen. Er schiebt einfach, er macht einen kompletten Pitch und schiebt die Note jetzt fünf, sechs Halbtöne höher. Und was ich jetzt machen kann, du hörst, es hört sich schon ganz gut an, aber so ein kleines bisschen Mickey Mouse mäßig. Schon recht gut, aber ich kann jetzt den Formantshift ein bisschen nach unten machen, um einfach diese Natürlichkeit versuchen künstlich zu erhalten, sag ich mal. Ich gehe jetzt so ein bisschen runter, so viel muss ich gar nicht, siehst du das? Jetzt geht dieser Formantshift hier ein bisschen runter, minus 132. Und schauen wir mal, ob das jetzt etwas natürlicher klingt. Das war schon zu viel, weil er hat es schon ganz gut, er kann nicht, ich ziehe es nur ein bisschen runter. Ja, muss ich gar nicht sonderlich viel machen in dem Fall. Ja, vielleicht etwas besser wie vorher. Du kannst es natürlich auch extrem, extrem machen, wenn ich das mal ganz weit nach unten ziehe, dass du es mal hörst. Okay, auch sehr gut für Effekte, die du aus der Popmusik bestimmt schon mal gehört hast. Und wir können natürlich diesen Mickey Mouse-Effekt auch extrem provozieren, indem ich ihn jetzt hier ganz weit nach oben ziehe. Okay, also hier kannst du zum einen mal versuchen, den Formant, jetzt ist er wieder hier auf Neu, ich ziehe ihn ein bisschen runter. Du kannst zum einen versuchen natürlich, die Natürlichkeit zu erhalten von so einer Note, die du künstlich hochziehst. Zum anderen kannst du aber auch einen krassen Effekt-Formant-Schrift machen. Und wir können ihn hier mal jetzt auch diese ganze Phrase hier einfach als Mickey Mouse singen lassen. Mal jetzt einfach nur zum Spaß hier. Mal einhören. And brings rain with the pain, but it's dying. Ja, du kannst hier eine Kinderstimme draus machen oder eben, wir können aus einer Frauenstimme dann zum Beispiel auch eine Männerstimme machen. oder zumindest so ähnlich. Wer moderne Popmusik hört oder Rapmusik hört, da hörst du solche Effekte rauf und runter. Da muss ich nur mal gucken, dass ich wieder hier zurückkomme. Und den ganzen Formant-Shift hier haben wir jetzt alles richtig. Okay, also ich ziehe es ein kleines bisschen runter. Und wir können auch noch mal probieren, vielleicht zum Schluss was ganz krasses zu probieren, indem wir eine Note, eine Oktave höher machen, wie sie sich da schlägt. Zum Beispiel hier bei dem Schlusston. Das ist H und ich ziehe ihn jetzt mal brutalstmöglich hier eine ganze Oktave nach oben. Auch hier schon ein erstaunlich gutes Ergebnis, auch wenn man hört, dass es künstlich ist. Ich versuche jetzt mal den Formant hier wieder ein bisschen nach unten zu ziehen. Ja, hört man immer noch, dass es künstlich ist. Da gehe ich noch ein bisschen runter. Schwierig jetzt, ist aber auch extrem gewesen, weil ich ihn tatsächlich zwölf Halbtöne nach oben geschoben habe. Aber es ist nicht ganz abwegig, also man kann damit tatsächlich arbeiten. Obwohl du solche krassen Schritte jetzt eher nicht künstlich machst, sondern wenn dir auffällt, er sollte hier eine Oktave höher singen, den Schlusston wegen Dramatik oder wie auch immer, dann ist es natürlich besser, du lässt es eben noch mal einsingen. Nur um dir einfach zu zeigen, dass es möglich ist. Damit kommen wir zum nächsten Punkt und das ist hier der Inspektor und seine Parameter, mit dem du auch sehr viel machen kannst. Was ich jetzt hier auch machen könnte, ist zum Beispiel den Gain für alle Noten gleichzeitig zu versuchen anzuheben, wenn die Performance einfach zu leise ist. Übrigens, du musst, wenn du das hier markieren willst, was das für Verwirrung sorgt, musst du dich immer innerhalb der Region bewegen. Siehst du, jetzt nimmt das hier nicht. Aber wenn ich jetzt hier reingehe, dann nimmt er mir alle. Und jetzt könnte ich den Gain, der ist mal ganz brutal, in dem Fall heißt es jetzt Pegel, den könnte ich jetzt hier ganz brutal anheben. Also jetzt wäre es wahnsinnig laut, das lassen wir besser nicht laufen. Oder ich kann ihn auch leiser machen. Also es geht nicht nur für einzelne Wörter, sondern es geht tatsächlich auch global. In dem Fall bin ich jetzt aber zufrieden und lasse es so. Was man auch machen kann, ist die Pitch-Korrektur. Das heißt, wenn ich die jetzt hier nach oben ziehe, dann wird Flex-Pitch die Noten ganz genau auf die Note schieben. Also ohne, dass er irgendwie flat ist oder leicht neben der Note sinkt. Das wird Flex-Pitch dann nicht mehr zulassen, sondern er wird ihn ganz passgenau sozusagen, quadratisch praktisch gut, direkt in die oder auf die Note ziehen, dass er auch nicht ein kleines Stückchen daneben ist, auf die Flex-Pitch vermutet, dass sie sollte. Ich ziehe es mal hoch, vielleicht hier noch ein bisschen größer machen, dass du es besser siehst. Und jetzt gehe ich hier und ziehe es mal langsam nach oben. Dann wirst du sehen, wie die Midi-Events hier zurecht rutschen oder genau auf den Grid hier, auf den Raster rutschen. Zack, hast du gesehen. Und jetzt siehst du auch, dass diese halben Midi-Events oder diese halben Balken, dass die nicht mehr da sind, weil hier jetzt alles komplett zurecht gerückt. Wir können mal reinhören. Wieder zurück. Also mir gefällt das so viel besser. In dem Fall singt er jetzt einfach schon sehr, sehr gut und singt nicht wirklich flat, also leicht daneben. Und deswegen finde ich, wenn man hier die Pitch-Korrektur voll auftritt, also auf 100 Prozent, klingt es fast schon etwas unnatürlich, obwohl man das in vielen Popsongs heute so hört. Aber mir gefällt das jetzt so viel besser. Und ich finde, wie gesagt, er ist hier nicht sonderlich daneben, wenn er einfach gut singt. Aber ich finde, somit entziehst du der ganzen Sache etwas Natürlichkeit. Wenn jemand jetzt ein bisschen schräger singen würde, würde es viel mehr auffallen. Und man kann das tatsächlich auch machen, wenn ein Sänger oder eine Sängerin konstant flat singt. Aber das ist ja eigentlich auch nicht das Ziel des Aufnahmetags. Ziel ist es tatsächlich, dass wir leichte Korrekturen machen. Also man könnte das jetzt hier in dem Fall, wenn du es global machen möchtest, du kannst es natürlich auch über die Pitch-Korrektur, wie ich vorher gezeigt habe, nur für einzelne Noten machen. Das ist wahrscheinlich auch meistens der Fall. Ich könnte so ein kleines bisschen versuchen, zurechtzurücken. Aber in dem Fall möchte ich jetzt einfach gar nichts machen. Gehen wir mal hier jetzt, da springen wir nach unten zur Skalenquantisierung. Das ist auch sehr interessant. Und zwar kann ich jetzt hier die Tonart festlegen. Allerdings erkennt das Flex-Pitch auch sauber. Also du siehst jetzt hier, als ich diese Pitch-Korrektur voll aufgerissen habe, hat er immer genau den richtigen Ton gefunden. Ich könnte jetzt aber, ich weiß, das ist hier H-Dur. Ich könnte jetzt auch nochmal das so machen, dass er direkt einrastet auf H-Dur und keine anderen Töne zulässt. Und das kann natürlich auch jetzt sein, dass er dann die Performance verändert, dass er keine anderen Töne zulässt, außer die der H-Dur-Tonleiter. Okay, also da zieht er alles direkt drauf. Aber auch da, weil er wieder so sauber singt, ist das nicht unbedingt nötig. Ich finde solche Sachen, das ist auch, wie gesagt, es ist nicht das Ziel, dass jemand schlecht singt, dass du dich hier groß austoben musst. Aber es ist die Möglichkeit, die Tonart, wenn du die Tonart weißt, das vorher festzulegen, dass auch wirklich kein falscher Ton kommt. Viel spannender ist bei der Skalenquantisierung, dass sich auch die Tonart verändern kann. Im Moment hat er jetzt nämlich Dur gesungen. Und wir können ihn auch einfach mal Moll singen lassen. Dann verschiebt er die Töne, die zur H-Dur-Tonleiter gehören, verschiebt er dann auf die nächste Note, die richtig für eine H-Moll-Tonleiter wäre. Wenn ich jetzt hier das auslöse, dann siehst du, wie ein paar Noten verspringen. Zack. Und jetzt klingt die Sache hier so und er singt trauriger in Moll. So hast du die komplette Performance verändert und wieder erstaunlich, wie gut der Algorithmus hier von Flexpitch funktioniert. Wir können natürlich auch Irrit-Tonleitern wählen, was weiß ich. Nehmen wir mal Phrygisch, ja, ein bisschen abgedrehte Sachen hier. Krasses Zeug, aber das kann spannend sein. Wir können sie zum Beispiel auch mal, ja, wir können ihn japanisch singen lassen. Okay, also das kann spannend sein, wenn du zum Beispiel eine Melodie hast und diese Melodie nicht so wirklich spannend findest. Und da kannst du einfach ausprobieren, naja, ob es vielleicht möglich ist, hier eine andere interessante Stelle einzubauen. Falls du, man hat ja manchmal Melodien, wenn man einen Song schreibt und denkt, irgendwie fehlt da so das gewisse Etwas, dann kannst du zum Beispiel hier gut arbeiten und einfach sagen, okay, ich versuche mal hier jetzt einfach die Kreativität Flexpitch machen zu lassen, um zu gucken, ob ich vielleicht auf eine spannendere Stelle komme. Kommen wir jetzt noch zum letzten und das ist die Zeitquantisierung. Da gibt es auch immer wieder viel Verwirrung, weil welche erst ihre Stimme mit Flextime bearbeiten, wo wir schon eine andere Masterclass drüber haben, erst mit Flextime bearbeiten und dann weiterarbeiten wollen mit Flexpitch. Also sie denken sich, okay, ich versuche erst die rhythmischen Ungereimtheiten mit Flextime auszubügeln, dann schalte ich um auf Flexpitch und versuche dann, wenn er flat singt, oder versuche dann die Töne gerade zu rücken sozusagen. Das ist gar nicht nötig, weil du nämlich die Zeitquantisierung hier drin hast. Zunächst mal auch wieder hier global und ich zeige dir auch noch, wie du das für einzelne Passagen machen kannst. Also ich kann es jetzt hier global machen oder ich könnte auch nur einzelne Passagen quantisieren und sogar unterschiedlich quantisieren. Also ich könnte die hier auf Achtel quantisieren und die Passage dann auf Sechzehntel. Auch das geht, das ist kein Problem. Wir probieren es jetzt aber mal global. Das heißt, ich schaue, dass ich in der Region drin bleibe, dass ich alles richtig markieren kann. Und naja, vielleicht machen wir es mal so, dass wir hier doch noch ein bisschen näher reingehen, dass du es besser siehst. Und wenn ich jetzt hier die Zeitquantisierung wähle und sage, naja, ich möchte, dass er alles auf Achtelnoten quantisiert, dann siehst du schon, wie er die Noten hier ein bisschen zu recht rückt, dass die genau auf die Achtel hier springen. In the dark you can't see what the light meant to be Ja, das wäre in dem Fall falsch, weil er kein Achtel singt. Aber ich kann nur zum Beispiel auch jetzt mal mit den Extremen starten. Zum Beispiel hier eine halbe. In the dark you can't see what the light meant to be Ja, da war jetzt keine Veränderung. Ich gehe mal hier weiter. Du hörst zum Beispiel auf 32. In the dark you can't see what the light meant to be In dem Fall fange ich, rate ich dir immer mit der, mit einem hohen Wert anzufangen und zu gucken, ob es passt, wenn jetzt ein Sänger oder eine Sängerin sehr arg schwankt im Timing. Auch das ist wieder, ich sage es noch mal, ich sage es öfter in diesem, in dieser Masterclass, das ist nicht das Ziel. Da such dir einen guten Sänger und eine gute Sängerin und Flexpitch wird sehr, sehr wenig zu tun haben. Aber wenn sie sehr wackelt und das kommt jetzt natürlich immer auf das Material an, wenn sie viel Sechzehntel singt oder wenn sie viel Achtel oder Zweiunddreißigstel singt, dann kannst du hier global arbeiten. Ich glaube aber auch, dass das eher weniger vorkommt. Ich denke, dass es eher vorkommen wird, dass du einzelne Passagen nur bearbeiten möchtest. Bei der globalen Sache ist, wenn sie jetzt wirklich so schwankt, schwankt immer nur und es ist nicht zu kompliziert, was sie jetzt von den Notenwerten oder zu unterschiedlich, was sie von den Notenwerten her singt, dann kannst du das gut machen und du kannst auch über die Stärke relativ gut festlegen, wie stark du das machen möchtest. Also insofern kann es tatsächlich schon sinnvoll sein, hier komplett zu quantisieren. Es kommt auf die Produktion an oder auf die Performance vom Sänger an. Der hier ist aber jetzt auch so gut, dass ich es nicht machen muss. Was auch möglich ist, ist, dass du einzelne Noten verziehst. Also wenn du jetzt zum Beispiel sagst, er hat hier irgendwie eine Silbe zu kurz gesungen oder zu lang ausgehalten, dann kannst du die einfach auch verziehen. Und zwar, wenn ich jetzt hier die Note markiere und hier nach vorne oder verkürzen möchte zum Beispiel, ich mache es jetzt mal ein bisschen extrem, die hintere Note zieht sich dann weiter vor, dann klingt es so. Schön die Performance verschlechtert. Es geht auch, dass du von vorne hier die Note hier rüber ziehst. Also ich sie in dem Fall jetzt hier verkürze. Das ist auch möglich. Okay, und können hier so richtig schön die ganze Performance verkorksen. Aber es kann sein, in solchen Fällen tatsächlich auch, wenn sie jetzt Timing-Schwankungen hat oder eher, dass du dann gerne einfach die Noten verlängern oder verkürzen möchtest. Jetzt habe ich zwei markiert. Verlängern oder verkürzen möchtest oder, ja, einfach um einen anderen Touch zu kriegen oder tatsächlich einen Fehler zu beheben. Oder auch für Effektverschiebung hier in dem Fall. Das ist auch möglich. Aber mit diesem Werkzeug arbeitest du mit Sicherheit mehr und es ist mit Sicherheit auch besser, hier auf einzelne Passagen einzugehen. Ich bin dabei, gerade wenn du Gesangsstimmen bearbeitest, musst du wirklich vorsichtig sein, dass es nicht künstlich klingt, weil das menschliche Ohr auch, dass es nicht Profis, reagiert sehr empfindlich darauf. Das war es jetzt zunächst mal mit der Timing-Bearbeitung. Also nochmal, nicht mit Flex-Time vorher arbeiten, das brauchst du gar nicht, sondern du kannst die Zeitquantisierung als auch Flex-Pitch, also die Tonhöhenkorrektur, kannst du direkt in Flex-Pitch machen. Das ist für viele verwirrend gewesen. Kommen wir zum nächsten Punkt und das ist auch interessant in Flex-Pitch und war so auch noch nicht möglich vor ein paar Jahren, zumindest noch nicht so gut und das ist das Kreieren von Backing-Vocals. Also wir werden jetzt eine künstliche Backing-Vocal-Spur aus Flex-Time generieren. Das ist nicht einfach, da wird Flex-Pitch ordentlich arbeiten müssen, dass wir das hinkriegen und ob wir das überhaupt hinkriegen, das schauen wir mal, das habe ich jetzt vorher nicht probiert, ob wir mit Flex-Pitch eine künstliche Zweitstimme bauen können. Und dann nehme ich jetzt hier diese Passage, weil mir die dafür besser gefällt. Die klingt so. You can't remember how to make the shadows bow that all seems so far away Gut, also ich möchte hierfür eine zweite oder eine Backing-Vocal-Spur haben. Das heißt, ich kopiere mir jetzt diese Spur einfach hier runter, beziehungsweise die Region. Da ist jetzt zunächst mal nichts Besonderes, sondern ich habe genau die gleiche Spur hier unten, wie ich hier oben habe und wenn ich die jetzt ablaufen lasse, wird sie einfach nur lauter. You can't remember how gruselig. Aber wir wollen eine Zweitstimme bauen, deswegen gehe ich jetzt hier auch wieder rein. Flex-Pitch hat er mir schon hier ausgelesen, weil es ja eine Kopie ist von der Hauptstimme, aber die möchte ich jetzt verändern und ich möchte jetzt hier, ich mute mal die Hauptstimme, ich möchte jetzt hier eine Zweitstimme drüber bauen. Ich nehme jetzt nicht so extreme Werte, ich schaue, dass ich einfach so eine, ja, was man gerne macht bei Zweitstimmen, ist einfach eine große Terz drüber, oder auch eine kleine Terz, manchmal auch Sechsten, kommt jetzt drauf an und da versuche ich jetzt, mir eine Zweitstimme hier zu bauen. Es singt na, 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 und ich versuche jetzt hier mal eine Terz in ungefähr drüber zu bleiben, das heißt, ich nehme einfach die Noten hier, die ich hier sehe, nein, ich muss ganz außen rum, so, und die schiebe ich jetzt hoch und zwar wir sind hier auf auf H und ich gehe jetzt eine große Terz drüber, in dem Fall auf Diss einfach und möchte, dass er hier, ich hoffe mal, das stimmt jetzt auch, dass ich hier fabriziere, dass ich hier auf Fiss geht und, ähm, ziehe die hier auch nochmal nach oben. Ich nehme alles, was H ist, alles, was H ist, tue ich auf Diss und alles, was Diss ist, tue ich auf Fiss, damit das hier jetzt auch nicht zu lang geht. Mal kurz reinhören. Mal hier rüber gehen. Okay, hören wir uns das jetzt mal mit der Zweitstimme an und außerdem, mache ich mal hier komplett zu, was außerdem auch noch gut ist, ist, wenn du jetzt hier Flex-Time anwirfst im Arrangement-Fenster, dann kann es tatsächlich, äh, wirklich nützlich sein, dir das im Arrangement-Fenster anzuschauen, wenn du jetzt nämlich zum Beispiel drei oder vier Backing-Vocal-Spuren hast, auch wenn du sie jetzt gar nicht künstlich baust und die haben Timing-Probleme. Ja, jetzt könnte ich nämlich zum Beispiel hier reingehen, also jetzt die gleiche Spur ist witzlos, aber wenn ich jetzt hier sehe, okay, die Backing-Vocal sind hier ein bisschen schräg und in so einem Fall würde ich vielleicht auch hier direkt im Arrangement-Fenster arbeiten, weil ich mir da eine Hauptspur, das ist wichtig, dass du dir, also bei Backing-Vocals, dass du dir die Lead-Vocals raussuchst und dann Timing-technisch praktisch alle Spuren anpassen kannst oder auch, ähm, von den Noten her einfach genau siehst, okay, also wo, äh, wo ist jetzt, ähm, diese Note oder wie kann ich die jetzt hier am besten hinbauen, also nehmen wir, wenn du jetzt hier nochmal vier Backing-Vocal-Spuren hättest. In dem Fall ist es jetzt aber witzlos, weil es die gleiche Spur ist und ich möchte jetzt nur kontrollieren, ob meine schöne Zweitstimme hier auch drüber passt. You can't remember how to make the shadows bow That all seems so far away Hm, gar nicht schlecht eigentlich, aber es klingt so etwas schräg doch insgesamt und man hört, dass es künstlich ist und da gibt es einen Trick und zwar, indem wir, gerade bei Backing-Vocals, da die nicht so wichtig sind, indem wir den Backing-Vocals das Vibrato entziehen. Das kann ein bisschen helfen, da ist es bei den Backing-Vocals, ist es nicht so schlimm, wenn die ein bisschen künstlich klingen, weil wir die halt eh in den Hintergrund mischen. Ich mache mal kurz Off-Camera, damit wir das nachher auch mit der Arrangement komplett anhören können. Hier noch den zweiten Teil und dann geht es weiter und ich zeige dir hier, wie wir hier noch ein bisschen nacharbeiten bei den Backing-Vocals. Okay, also ich habe jetzt hier nur die zweite Hälfte von den Backing-Vocals auch noch transponiert, hoch transponiert, da sind nur zwei Töne. Wie gesagt, das Ergebnis ist schon recht gut, aber ich versuche jetzt diese zweite Stimme, na, immer in der Region bleiben, diese zweite Stimme irgendwie nicht ganz so aggro zu machen, weil da schon auch Artefakte entstehen durch dieses Verschieben. Zunächst mal versuche ich einfach, das Vibrato dieser Zweitstimme so ein bisschen zu entziehen. Die ist jetzt noch sehr laut, es kann sein, dass es für dich jetzt nicht gut klingt, aber ich möchte einfach versuchen, ob ich die so ein bisschen genehmer bekomme und dann können wir auch mal probieren, die Formanten noch ein bisschen runterzuschieben, auch nicht zu extrem. Du siehst jetzt zwar hier nur einen Blob hier oder ein Event, aber er verschiebt schon alle und versuchen wir mal, ob wir das so ein bisschen natürlicher kriegen. Das klingt schon wesentlich besser. Ich finde, dass jetzt hier bei der Zweitstimme, dass mir ein bisschen zu krass ist, dieser Ton. Behandle ich einfach ein bisschen anders jetzt wie die Erststimme. Außerdem ist es auch so, dass er hier einfach auch lauter wird, diese Zweitstimme, weil eben die Liedvocals auch laut sind. Das ist immer so ein bisschen das Problem bei bekünstlich erstellten Stimmen. Man muss im Nachhinein immer rumtricksen. Also besser wäre es natürlich auch hier, die Stimme einsingen zu lassen. Aber wenn er hier so arg hochgeht, versuche ich das, weil die Backingvocals in der Regel nicht so wahnsinnig laut singen, sondern ein bisschen leiser singen, versuche ich das hier so ein bisschen zu kaschieren und die so ein klein wenig in den Hintergrund zu bekommen. Und auch hier runter, dass die ganze Sache nicht ganz so laut ist. Ich kann jetzt auch schon mal einfach ein Stückchen leiser machen hier. Dann kommen wir vielleicht schon eher ans Ergebnis hin. Du hörst natürlich die Artefakte, wenn er atmet, weil die auch mitgepitcht sind und das hört man einfach. Es ist aber jetzt ja auch hier, wir schauen ja jetzt hier im Moment mit dem Brennglas sozusagen drauf. Und deswegen versuche ich jetzt off-camera noch mal kurz die Zweitstimme hier rein zu mischen, dass wir sie schön in den Hintergrund bekommen. Und dann einfach hören wir uns mal an, ob man das wirklich dann auch hört, ob ich es mit Flexpitch hingeschummelt habe oder ob man das tatsächlich hier für die Produktion so nehmen könnte. Okay, die Spannung steigt. Was ich gemacht habe, ist bei diesen künstlichen Backing-Vocals, den habe ich einfach rüberkopiert hier von der EQ-Kurve von der Hauptstimme, den habe ich rüberkopiert, da habe ich nichts gemacht. Ich habe einen LA-2A eingesetzt, um ihn einfach noch ein bisschen nachzukomprimieren. Er arbeitet aber nicht sonderlich viel. Das ist jetzt einfach noch mal ein bisschen zur Klangfärbung, noch mal ein bisschen, um die Lautstärkeunterschiede hier auszugleichen. Und ich habe ihn hier mit Hall und einem leichten Delay noch versehen. Hören wir uns jetzt mal die Backing-Vocals alleine an. Einfach jetzt mit Effekten, ja. Also das Ergebnis ist nicht überzeugend, so hundertprozentig, da stimmst du mir zu. Man hört, dass die Stimme bearbeitet ist, dass sie nachbearbeitet ist, dass sie irgendwie geautotuned wurde. Und da würde ich erst mal sagen, okay, das überzeugt jetzt nicht wirklich. Es sind künstlich erstellte Backing-Vocals. Aber jetzt pass mal auf, wenn wir den Komplett-Mix laufen lassen, ob du deine Meinung dann vielleicht änderst. You can't remember how To make the shadows bow That all seems so far away You have an honest chance To make the lightning dance Just lay down your yesterday Na, wie sieht's aus? Also ich finde, das hört man nicht. Deswegen ist Flexpitch hier tatsächlich ein extrem mächtiges Tool. Natürlich reden wir nicht lange um den heißen Brei. Richtig eingesungene Zweitstimmen sind besser. Aber bei manchen Produktionen, Sängerin kommt weiter weg, er kommt von weiter weg, Sänger war teuer, du hast einfach vergessen, er soll noch eine Zweitstimme singen. Da kann das helfen. Und ich finde, ich persönlich finde, man hört das nicht, dass die Stimme nachbearbeitet ist. Ich hab sie mit dem Kompressor noch ein bisschen nach hinten gedrückt. Ich hab sie ein bisschen im Hall ertränkt. Ich hab noch ein bisschen Delay gemacht, dass die Sache so ein bisschen wabert. Damit kannst du auch die Artefakte so ein bisschen übertünchen noch, sag ich mal. Und man könnte sich jetzt aus dieser Stimme natürlich noch eine Zweitstimme ziehen und könnte die nach links oder nach rechts pennen. Da müsste ich dann aber nochmal nacharbeiten mit den Formanten, dass es tatsächlich nicht zugleich klingt. Ansonsten klingt es wirklich komisch. Aber mich interessiert jetzt deine Meinung. Schreib mir mal bitte drunter. Hast du das gehört? Ich meine, du wusstest jetzt, dass ich die künstlich erzeugt habe. Aber wenn die hinten reingemischt sind, ist Flexpitch tatsächlich dazu geeignet, um Backing Vocals zu erstellen? Ist das wirklich amtlich? Oder sagst du, nee, also ich hab gehört, dass es künstlich ist? Meine Meinung ist, man hört es nicht, wenn man es schlau nach hinten reinmischt. Eine letzte Sache möchte ich dir noch zeigen. Und zwar kannst du aus diesen Spuren hier natürlich auch MIDI-Events erzeugen. Ich nehme jetzt mal hier wieder den vorderen Teil. Und zwar geht das ganz einfach. Wenn ich jetzt hier wieder, immer in der Region bleiben, ist klar, wenn du das hier jetzt wieder markierst und gehst dann auf Funktionen, nein, du gehst nicht auf Funktionen, du gehst auf Bearbeiten und gehst dann hier aus MIDI-Spur aus Flexpitch-Daten erzeugen, dann erzeugt er dir ein Instrument. Das ist jetzt das ganz normale Electric-Piano. Du siehst auch hier schon im Arrangierfenster, dass er das hier angelegt hat. Und jetzt kann ich hier, habe ich hier schon meine MIDI-Spur und kann da ein Instrument aus dieser Performance hier machen, aus dieser Gesangsspur. Ja, es ist nicht hundertprozentig genau. Da musst du immer noch ein bisschen nacharbeiten. Vom Timing her, hast du gehört, dass er wackelt? Also das ist noch, das klappt noch nicht so hundertprozentig, aber es ist trotzdem beeindruckend, wie gut das tatsächlich funktioniert. Also ein bisschen rhythmisch nacharbeiten und dann kannst du aus einer eingesungenen Stimme jede Instrumentenspur machen, die du nur möchtest, wie gesagt, wenn du es rhythmisch noch etwas nachbearbeitest. Ich hoffe sehr, dass dir dieses ausführliche Tutorial über Flexpitch gefallen hat, dass du was mitnehmen konntest und natürlich interessiert mich jetzt auch deine Meinung als Logic-User oder Logic-Neuling oder auch alter Hase, der du schon lange mit Logic arbeitest. Hast du Flexpitch intensiv genutzt oder benutzt es überhaupt nicht und benutzt nur Plugins von Drittanbietern wie Autotune oder Melodyne oder benutzt du es tatsächlich für monophones oder sogar mehrstimmiges Material, was mir jetzt nicht gelungen ist? Schreib mir das bitte unten in die Kommentare, das würde mich sehr interessieren, weil Flexpitch ein Thema ist, das einfach auch sehr viele Leute interessiert. Ansonsten bedanke ich mich jetzt ganz herzlich bei dir fürs Zuschauen, schicke dir viele Grüße aus Alicante und wir sehen uns beim nächsten Tutorial. Bis dann!